Ja, also ich denke, wir müssen alle Viecher loswerden. Ja, das wird die einzige Möglichkeit sein. Versuchen wir das hier nochmal. Au. Wenn ja nicht dieser dämliche Heli wäre, der stört. Ach. So, wo sind denn die Viecher? Warte mal jetzt. Ah. Huch, was war das denn? Ich sehe ab einmal, wo alle Gegner sind. Ich auch. Ah, die müssen wir wahrscheinlich alle jetzt nacheinander umbringen. Ja. Naja, alle gleichzeitig wird auch ein bisschen schwer, wa? Ja. Ah, der kann ja treten. What are you doing? Wow. Au, that hurt. Das tut doch weh, Mensch. Au. Au, 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 au. Au, 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 scheiße, das ist nicht gut. Ja, nicht der Heli. Ach, komm schon. Ey, wir müssen den Heli irgendwie loswerden. Oh, ich nehme jetzt einen Erste-Hilfe-Spray noch oder was? Ja, aber ich wollte sagen, komm nochmal her, dann nehme ich erst. Ich habe eins. Warte, ich habe eins. Oh, wunderbar. Weiter geht's. Das tut so gut. Wenn der Schmerz aufhört. Da hinten ist noch ein Gegner. Ja, da wird aber oben wird auch noch einer angezeigt. Und das ist der Heli. Das ist der Letzte. Au. Und jetzt hast du den Heli oder wie? Ah, nee, der da auf dem Heli drauf ist. Achso. Wann? Wann? Ja, oder so. Das hat uns heim gemacht. Au, au. Kamera. Ja, da hat ich mir auch gerade so erhellt. Wir sollten die beiden begleiten. Ohne Hilfe werden sie nicht überleben. Wir rücken ab. Los geht's. Go. Ich bin mir sicher, ob das jetzt so eine Zwischensequenz war oder was geht. Ah, Jungs, jetzt geht doch mal aus dem Beeprisch. Oh. Das sah witzig aus, weil ich so eine Außenansicht hatte, weil ich nur eine Tür habe. Richtig. Das ist voll wahr. Vielleicht heißen sie ja alle Flip und haben eine Freundin namens Biene Maja. Okay, der war schlicht. Maja. Aber das war Willi. Ja. Oh, hier sind eine ganze Menge Kisten. Aha. Wahrscheinlich kein einziger. Fähigkeitspunkte. Fähigkeitspunkte, Fähigkeitspunkte. Und einmal Munition. Ja, so saß bei mir auch ungefähr aus. Mann, ey. Bringen. Oh Gott. Da liegt eine Waffe. Ja. Erste Hilfesspray und ein Granatwerfer. Ja, dann. Mit sechs. Ja, jetzt brauchen wir wahrscheinlich einen Granatwerfer für den Heli, was? Ja, richtig. Ich will da hoch. Oh. Oh. Shit. Ey. Ach du Sack. Treffer. Ja, ja. Versenkt. Ja, aber hier ist auch noch ein Riesenvieh. Er ist gerade verspuckt. Da ist ein Telefon und deswegen bin ich nicht gestorben. War totally not cool. Totally not cool. Oh, er ist zu schnell. Oh. Ah, shit, Mann. Wow. Ich möchte hier nicht drauf sein. Oh, scheiße. Hier sind zwei von diesen Mistviehern. Wow. Jetzt habe ich alle Munitionen im Heli drin. Vom Granatwerfer. Und er brennt auch schon. Na, ich versuche nochmal irgendwo hochzukommen. Wie geht es denn hier hoch? Ach, hier ist eine Leiterbrüche. Aber ich bin jetzt gleich mal entdeckend. Ich suche Munition. Guck mal da. Granatwerfer-Munition. Wie praktisch. Ich töte den Heli. Ja, du dämliches Ding. Au. Ja, der lebt. Aha, Mann. Au. Oh, scheiße. Au. Oh, Gott. Ich kann überhaupt nichts mit zielen. Treffer. 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 Au. Au. Das gibt es noch nicht. Komm. Treffer. Scheiße, hinter mir ist noch einer. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Ich sehe nichts. Oh, ich muss wieder runter. Ich muss wieder runter. Ich muss wieder runter. Au. Au, fuck. Du hast noch ein Erste-Hilfe-Spray, oder? Ja. Ich bin auf dem Weg. Oh, nee. Ich komme von der Seite nicht zu dir. Leicht. Ich habe es jetzt genommen, weil es ist jetzt zu heikel hier. Oh, Gott. Das war knapp. Ich bin fast tot. Oh, du blöder Mistkäfer. Jetzt komm zurück. Ich bin fast tot. Ja, ich habe ihn getroffen, aber ich habe keine Muni mehr. Das brauche ich auch erstmal wieder. Boah, wie viele Treffer braucht denn der? Schon übertrieben. Quatsch. Wenn wir jetzt nochmal hochgehen, laufe ich Gefahr zu sterben. So. Wo war denn die Munition? Verdammt, nochmal. Oh, Gegner, ganz viele. Nicht gut. Er lebt noch. Habe ich wieder voll? Scheiße, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, oder was? Oh, ich habe noch einen Spray. Meine Güte. So, jetzt machen wir das Ding mal fertig da oben. Wenn ich nicht runterfahre, wäre es gut. So, jetzt. Jetzt kann ich ihn mitnehmen. Oh Mann, nein. Nein. Käpt'n, wir können Sie doch nicht gehen lassen. Unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Aber Neo-Opera lässt hinter Ihnen ja sagen wir nicht. Ich sagte, unsere Mission ist es, die BOWs zu erledigen. Ich verfolge die BOWs zu erledigen. Ich habe noch nicht die BOWs zu erledigen. Ich habe noch nicht die BOWs zu erledigen. Ich habe noch nicht die BOWs zu erledigen. Man kann bis zu vier Leute spielen dieses Spiel. Wir verfolgen das Ziel. In diesen Leute werden gesucht, Dingens. Okay. Das sind viele. Oh, hier kann man sich noch... Ja, fast 100. So, aber ich habe jetzt wenigstens wieder ein paar Gesundheitspilchen dabei. Ich nicht. Ja, siehste. Ergert mich, dass wir schon weitergelaufen sind, weil eigentlich lag da noch ein grünes Kraut, was ich hätte mitnehmen können. Oh, hier ist noch ein Abzeichen. Da, wo ich stehe. Wo bist du denn? Hier in dem unteren Doppelbett. Aha! Ja, ja. Oh, hier sind noch mal Explosivgeschossi. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Spiegel, ich! Da, wo es rummacht. Da, wo es rummst. Genau, das ist das Ziel. Das ist doch nicht unsichtbar. Das ist leider zu sichtbar. Hallo? Hast du ein Problem? Let's battle. Hä? Der zieht jetzt... Der fängt jetzt gerade hier automatisch an zu zielen. Ich möchte das bitte nicht. Ja, oh. Ja, geh da alleine rein mit der Taschenlampe. Super Idee. Käpt'n, warten Sie! Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser Kamikaze-Aktion gedacht? Das sind meine Männer. Entweder Sie folgen mir oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Wir rücken ab, Soldat. Ihr habt ihn gehört. Abrücken. Wie sollen wir das Ding erledigen, wenn wir es nicht sehen können? Mund halten und weitermachen. Guter Plan. Schnauze. Lübke. Ach, Kamera. Ich bin jetzt auf der falschen Seite und ich weiß nicht mehr, wie man das wechselt. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Müssen wir nicht hier lang? Äh, da. Hier ist eine Tür. Ja. Wie gut das. Danke, dass du es automatisch gewechselt hast, Spiel. Hör auf zu zielen! Das macht er bei mir jetzt auch so automatisch. Äh, joa. Super. Wie erschreckend. Mann. Hier ist es aufrecht. Da finde ich eher die Ratten hier erschreckend. Aber ansonsten... Ja, darauf hören die Drecksviecher natürlich besonders gut. Lass ihn los, du böser Licht. Genau. Ist genauso wie... Bleib stehen, Polizei! Ja. Da bleiben die ja auch grundsätzlich stehen. Ist ja immer so. Oh. Oh oh. Ich glaube, ich schieße gerade unnötige Munition da rein. Ja. What? Hey. Oh. Kamera! Hier liegt zu viel Schutt. Kärten, ich brauche Hilfe. Ach Gott schön. Am Schluss sind wir nur noch zu zweit. Das ist doch absehbar, oder? Richtig. Ja, was mache ich jetzt da? Na ja, du bist da oben reingeflogen. Er ist weg! Reißen Sie sich zusammen, Marco. Wo sind Sie? Erster Stock. Oh, Kacke. Ich glaube, das Ding ist hier. Unser Ziel ist im ersten Stock. Alle herkommen sofort. Oh. Wieder falsche Schulter. Klasse. Okay. Erstmal ganz locker bleiben. Doch eine wunderbare Atmosphäre. Ich habe Reed gefunden. Also, der sieht aber nicht mehr so ganz fluffig aus. Interessant. Der ist hinüber. Ich höre das Ding. Ja, schön für dich. Ganz in der Nähe. Das klingt nicht gut. Ich höre, ich haue irgendwas. Es wird immer lauter, je näher ich meine Ziel komme. Ich bin an der Treppe gleich. Warte, warte. Ich bin an der Treppe gleich. Du bist anscheinend nicht so lecker. So, ich bin jetzt, glaube ich, gleich quasi praktisch... ...und einen Balken entfernen. Von der Tür. Ach so. Au! Tritt der mir voll hier die Tür ins Gesicht? Komm her! Du Sack. Echt jetzt nicht. Oh. Was war da drin? Jetzt ist es da runter. Der Stuhl ist... Witt. Oh. Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es. Schnell und gnadenlos. Ah, drei Mal darf man raten, wo wir jetzt hin sollen. Haha. Ja, geile Scheiße. So, was haben wir hier? Das ist Jeff! Okay. Jo. Kann man so bezeichnen, ja. Ähm, ah hier. Also, okay. Untertitelung des ZDF, 2020